Musik Liebes Christkind, ich bin Jana und ich bin 10 Jahre alt. Schon bald ist Weihnachten und ich hoffe, dass sich dieser Brief noch rechtzeitig erreicht. Es macht mich jedes Jahr so glücklich, dir einen Brief schreiben zu können. Am meisten freue ich mich dieses Jahr, mit meiner Familie zusammen zu sitzen. Ganz viele Plätzchen zu essen und Tee zu trinken. Trotzdem habe ich einen Wunsch. Kannst du mir einen großen Teddy bringen? Ich hoffe, du hast dafür noch Zeit. PS, ich lege dir ein paar Plätzchen bereit, falls du eine Stärkung für deine lange Reise brauchst. Deine Jana Musik Musik Begrüße euch hier in der Weihnachtspostfiliale Himmelsstadt. Musik 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 Zuallererst müssen ja die Briefe geöffnet werden, damit man reinschauen kann, was geschrieben wurde. Wenn die Briefe geöffnet sind, dann kommen sie hier runter in die Briefe. Wir haben eine himmlische Schreibstube und da sitzen etliche Helfer beieinander, die die Briefe aus den Umschlägen herausnehmen und sich anschauen, was die Kinder geschrieben haben. Musik Wenn die Briefe dann sortiert sind, müssen sie beantwortet werden. Und da haben wir immer einen bestimmten Kreis, der für die einzelnen Briefe zuständig ist. Musik Musik Dann wird das Kuvert beschriftet mit der Adresse. Musik Dann gehen die Briefe rauf zu meinem Mann. Der stempelt dann alles ab. Ja, das muss ja alles finanziert werden. Und da haben wir einen ganz starken Partner. Und das ist die Deutsche Post, die alles bezahlt und holt alle fertigen Briefe ab. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020